Katholischer Kindergarten St. Nikolaus Kunstwerkstatt Bad Kreuznach Alisa und Lukas Es waren einmal zwei Geschwister, Alisa und Lukas Sie lebten bei ihrem Onkel Thorsten, Tante Corinna, am Rande eines Waldes Eines Vorgens gingen sie in den Wald zum Spielen Da gab's viel Interessantes Blumen, Schmetterlinge und Vögel Sie rannten hin und her Und sie hatten richtig viel Spaß miteinander Plötzlich wussten Alisa und Lukas nicht, wo sie waren Unter einem Baum fanden sie eine leere Höhle zum Ausruhen Da war eine Schatzkiste mit viel, viel Schokolade drin Da hörten sie plötzlich ein Geräusch über sich Es waren Fledermäuse, die in ihre Höhle zurückkehrten Da kam auch ihr Nachbar, der Bär Max Bruno Er kannte den Weg zum Waldrand gut und half den Kindern weiter Am Seeufer trafen sie einen wunderschönen schwarzen Schwan Der Kinder über den See brachte, da die Brücke kaputt war Alisa und Lukas freuten sich sehr, dass sie den Weg wieder nach Hause fanden Sie winkten ihren neuen Freunden zum Abschied zu Und eilten nach Hause Der Kinder über die Brücke kaputt war Untertitelung des ZDF, 2020